So, hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder. Und zwar mit einer Post von der lieben Sabine. Sabine, ich weiß jetzt nicht, ob du die Sabine bist, mit der ich tausche, aber das werden wir dann mit der Post wahrscheinlich feststellen. Also bis ich dieses Päckchen hatte, ich habe jetzt hier mal die Adresse rausgeschnitten, hier. Und ihr seht schon, auslieferungsvermerkt, es erfolgt ein zweiter Zustellungsversuch am nächsten Werktag. Ganz schlau. Also bis ich das hatte, das war jetzt echt ein Affentanz. Ich hatte nämlich eine Benachrichtigungskarte im Postkasten, dass es bei den Nachbarn liegt. Also bin ich abends von den Filmtagen nach Hause gekommen und habe gedacht, naja, jetzt so spät abends klingelt es dir nicht mehr. Nächsten Früh bin ich rüber, sage ich, hallo, habt ihr ein Päckchen für mich? Nö. Sag ich, bitte, hier, Karte, muss bei euch liegen. Nö, liegt hier nicht. Sag ich, das gibt es doch nicht, das kann ja wohl nicht sein. Also lange Rede, kurzer Unsinn. Es stand dann, also ich hatte die Karte, dass es beim Nachbarn liegt im Postkasten. Die Nachbarn hatten es aber nicht und am nächsten Tag lag es aber dann trotzdem in der Garage. Also völlig bekloppt. Manchmal denkt man die Deutsche Post oder überhaupt zur Paketzusteller, keine Ahnung. Die liebe Niki kann da ein Lied von singen oder wir können da ein Lied von singen, weil wir warten nämlich jetzt, oder ich warte seit dem 4.10. hat sie es abgeschickt. Heute ist der 31.10. auf ein Paket von Hermes und es ist bis heute nicht, wir haben jetzt schon Verlustanzeige und haste nicht gesehen, alles aufgegeben. Es ist bis heute nicht bei mir angekommen. Krass. Ja, wahrscheinlich wird es auch nie wieder ankommen oder überhaupt nicht ankommen. Ich muss jetzt mal schauen. Es könnte sein, dass ich zwischendrin mal einen Break mache, weil ich habe ein bisschen Angst. Mein Handy rauscht zurzeit. Also es rauscht zurzeit irgendwie. Meine Videos rauschen ganz schlimm. Vielleicht mache ich zwischendrin mal einen Break und schaue, ob es hier auch rauscht, aber jetzt machen wir es erstmal miteinander auf. Sie hat es hier in so Pünktchen Craft-Papier eingepackt und das Stativ ist heute auch echt anstrengend irgendwie. Ich habe keine Ahnung, es rutscht hier die ganze Zeit rum. Von dem her muss ich jetzt mal gucken, wie... ja, klappt schon irgendwie. Keine Ahnung. Leute, echt. Heute ist der 31.10., wie schon gesagt. Halloween ist heute. Ich habe noch Urlaub. Ich reiße es jetzt einfach auf. Sabine, ich reiße es jetzt einfach auf. Ich hoffe, es ist okay. Es ist jetzt laut. Achtung. Sie hat mir Schuhe geschickt. Nein, wahrscheinlich sind es keine Schuhe. Ich schätze, es sind keine Schuhe. Aber ich würde mich auch über Schuhe freuen. Ich mache es jetzt hier mal auf und hole den Karton raus. Also, wie schon gesagt, heute ist Halloween. Ich habe noch Urlaub. Ich nehme es jetzt mal weg. Warte mal. Ups. So. Ich habe noch Urlaub und ich will noch ganz viel machen und deswegen will ich jetzt vor allem auch dieses Paket aufmachen. Also, ich habe... Ich weiß, dass ich eine Sabine zum Tauschen noch habe, aber Sabine, ich weiß nicht, ob du die Sabine bist. Werden wir aber gleich feststellen. Werden wir gleich feststellen miteinander. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dieses Chaos-Video gesehen hat von mir mit der lieben Nadine. Das war... Also, das war krass. Das war so richtig bescheuert krass. Aber gut. Aber gut. Aber gut. Bin noch ein bisschen kringlich. Ah, der erste Blick miteinander. Ta-da-da-da. Okay. Ach, du Schande. Es ist halt wieder alles super schön eingepackt, ne? Ja, ach, du Schande. Oh, was bist denn du? Wartet mal. Ich hole jetzt mal die ganze Verpackung einfach so raus hier. Sie ist alles sehr gut gepolstert mit hier so... ...Pan... Äh... ...Dingsterbums... Äh... Ja. Ihr wisst, was ich meine. Und jetzt... Ich schätze mal, dass das hier die Post ist. Wartet mal. Ja, das ist die Post. Hier hat sich so eine super schöne Karte. Alles Gute. Eine super schöne Karte gebastelt. Ich stelle das Päckchen weg. Mach auf Pause. Und... Ach... Oh... 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 Ich sehe schon Sachen. Oh... Ich sehe schon Sachen. Äh... Ich stelle das Päckchen weg. Äh... Lese die Post. Bis gleich. Moment. So, ich habe mir jetzt die Post durchgelesen und habe mir das Päckchen auf die Seite gestellt. Äh... Liebe Sabine, du bist nicht die Sabine, mit der ich tausche. Es ist tatsächlich Ü-Post. Ähm... Sie hat es hier wieder... Moment. Ähm... Also schön hier die Post auf Dings geschrieben, ne? Auf ein Einlegeblatt. Das heißt, die Karte kann ich noch weiterverwenden. Das finde ich super toll. Ähm... Ja. Also die... Aber ich werde sie natürlich nicht weiterverwenden. Ich hebe ja eure Post immer auf. Und natürlich dann auch in der Karte. Ich finde die super schön. Hier hat sie mit Alles Gute draufgestempelt und hat mit 3D-Pads das so draufgeklebt. Und sowas finde ich ja auch immer cool. Hier hat sie es einfach festgetackert. Oha... Was habe ich denn da? Uah! Schmutz. Entschuldigt. Hehe. Chaos. Ähm... Ich hatte sie es einfach so ein Band festgetackert. Das ist doch auch mal eine super coole Idee, oder? Also hier so mit Taggernadel. Sieht cool aus. Finde ich mega. Die Sabine hatte mir nämlich eine E-Mail geschickt. Ich bin zur Zeit nicht so gut im Erinnern, falls das jemand merkt. Und hat gesagt, sie möchte mir ein kleines Ü-Päckchen schicken, so halt überhaupt und sowieso. Und das backen wir jetzt miteinander aus und ich freue mich schon voll. Und Sabine, ich bin ganz gespannt, dass sie nicht so gut basteln kann, aber wenn das alles so schlecht gebastelt ist wie die Karte, dann Prost Mahlzeit. Also hier ist unmöglich viel drin, ich weiß jetzt noch nicht, ich hole es nacheinander raus. Ich fange halt mal hier mit dem ersten Päckchen an und das ist doch schon mal voll cool. Guckt mal, hier ist so ein kleiner Schmetterling, also so ein großer Schmetterling, so ein Stanzteil. Und hier nochmal, das ist wie so Pergamentpapier, also so durchsichtiges Papier. Hat hier noch einen ausgestanzt und hier draufgeklebt und das hier finde ich ja auch immer cool, dass ich muss damit jetzt auch mal anfangen. Also da hat sie nochmal so Band oder so Faden drunter geklebt, das sieht super cool aus. Und das ist ein kleines Schächtelchen und vom Mechanismus her geht das so auf. Oh, guckt mal, da sind Perlen und Raindrops drin. Sehr, sehr cool. Also das Schächtelchen ist schon mal cool, also die Technik von dem Schächtelchen finde ich krass cool. Ne? Zu? Auf! Sehr, sehr geil. Sabine, sehr cool. Und hier sind so riesige filigrane Perlen drin, die finde ich mega schön. Ich mag die ja in allen Größen. Ich habe mir jetzt auch bei InBeats, hatte ich mir so einen Mix mitbestellt. Den fand ich ja auch schon sehr cool. Guckt mal, es sind so riesige filigrane Perlen, die sind super, super schön. Mega. Für Junkie Charms natürlich ein Nonplusultra. Sehr cool. Die kann ich super gebrauchen. Vor allem jetzt, wenn ich nochmal für die beiden Märkte nochmal ein bisschen Sachen basteln muss. Und hier hat sie mir Raindrops eingepackt. Und Raindrops, also in Transparent habe ich sie auch, finde ich immer ganz süß auf Karten zu kleben. Weil die nochmal so ein bisschen einen 3D-Effekt geben. Und ich mag Raindrops. Ich habe sie in Schwarz und in Transparent. Und dann habe ich so einen kleinen Mix eben, so eine kleine Mischung in Bunt. Aber kann man ja immer gebrauchen. Finde ich super. Vielen, vielen Dank. Auch für die Raindrops. Ich überlege jetzt gerade, ob ich es wieder in die Schachtel reinpacke. Weil die Schachtel kommt natürlich oben mit aufs Regal oder hier unten. Ich habe jetzt hier unten endlich Platz gemacht. Und kann hier unten auch ein paar Sachen, weil oben ist echt voll. Ne, ich lasse es außen. Ja, ich lasse es hier draußen. Also hier haben wir die Schachtel. Seht ihr das? Auch mein Kaffeetopf ist natürlich das Allerwichtigste, dass der Kaffeetopf im Bild ist. Ich trinke gleich nochmal. Sehr lecker. Es ist aber auch schon spät. Es ist schon 5 vor 9. Muss dann die Mama abholen. Kriegen wir schon alles. Also vielen, vielen Dank schon mal für diese beiden tollen Sachen. Kann ich sehr gut gebrauchen. Die Schere legen wir auch erstmal weg. Mal gucken, ob wir sie heute noch brauchen. Dann, Alter, was ist denn hier alles drin? Was ist denn hier alles drin? Hier ist noch so eine coole Schachtel. Die hole ich auch gleich mal raus. Guckt mal. Hier ist so, du kannst nicht basteln. Du kannst nicht so gut basteln. Völlig ja, mumpitz. Jeder kann basteln. Okay, jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Also von der Form her ist die mal mega cool. Guckt euch das mal bitte an. Ist die nicht krass cool? Mit so kleinen Herzchen oben drauf. Und hier ist so ein kleines Schleimchen. Ein Schleimchen? Ein Schleifchen. Ein kleines Schleifchen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das Schleifchen lösen muss, dass ich die Schachtel aufkriege. Weil ich bin wieder zu doof. Sowas könnt ihr doch nicht mit mir machen. Ich mache es jetzt einfach mal auf. Also ich schneide es nicht auf. Ich fummel hier nur rein, dass ich es lösen kann. Und jetzt geht es jetzt auf. Oh, Sabine. Haha, so geht es tatsächlich auch. Was hat sie mir denn hier alles eingepackt? Also ich... Oh, da ist noch mehr drin. Hier ist mir so ein super cooler Pailletten-Mix. Und ähm... Da sind so Blätter drin. Und die kann ich gerade mega gebrauchen. Weil, Leute, ohne Scheiß, ihr könnt Pailletten auch an den Junkie Charm dranhängen. Das sieht nämlich cool aus. Und ich muss einen gelben zur Zeit basteln. Und da ist das schon perfekt. Guckt mal! Und die schillern auch so geil. Also hier ist alles Mögliche drin. So zum... Also für Schüttelkarten oder eben zum Verbasteln. Sehr, sehr cool. Kleine Sternchen. Kleine Blümchen. Dann diese runden, normalen Pailletten, die wir alle kennen. Sehr, sehr cool. So große Plaketten. Mega! Vielen, vielen Dank hierfür. Und dann ist hier noch mehr drin. Jetzt gucken wir mal. Oh, so kleine Blümchen. So kleine grüne mit Klebepunkt Stoffblümchen. Mit Strassstein nochmal vorne drauf. Die habe ich auch. Aber ich habe sie in blau. Sehr, sehr cool. Finde ich toll. Finde ich prima. Ich finde ja zum Beispiel die Weihnacht... Also kann man auch zum Weihnachtsbasteln verwenden. Weil ich mag als Weihnachtsfarben sehr gern Gold, Grün und Gold. Äh, und Rot. Gold, Grün, Rot. Genau. Das ist so meine Weihnachtskombination. Und jetzt fängt halt bei mir das Weihnachtsbasteln schon an. Und von dem her kann ich die sehr gut gebrauchen. Vielen, vielen Dank. So, das Schächtelchen ist leer. Aber das Schächtelchen ist auch schon ziemlich cool. Also hier mit der Verpackung. Also mit dem Ding. Da sagt sie, sie kann nicht gut basteln. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, Sabine. Was du da meinst. Ich finde das ziemlich cool. Ich mache gleich das Schleifchen wieder rum. Drüm, drüm. Schups. Übrigens im Hintergrund ist die Heizung. Ich musste die Heizung vorhin neu starten, weil sie sich irgendwie aufgehängt hat. Keine Ahnung. Aber ich denke, das klappt. Ich kann nicht mal Schleifchen binden. Ich weiß auch nicht. Irgendwie alles ein bisschen komisch. Werde ich aber dann auf jeden Fall noch ordentlich machen. Guckt mal. Sehr cool. Dann ist hier noch so ein kleines Böckselein drin. Oder lassen wir das mal drin. Und ich... Nein. Ich nehme gleich das. Guckt mal, hier ist noch so eine coole Box. Und das ist ja auch cool hier oben. Das sieht aus wie so ein kleines Handtischchen. Wie so ein Tuff-Handtischchen von mir für dich. Und so ein kleines Holzherzchen draufgeklebt. Voll cool. Und das Papier ist ja auch krass cool. Hast du das selber gemacht? Ist das weißes Papier gewesen und du hast es bestempelt? Oder halt... Also halt... Ja. Bestempelt. Oder... Designed, sag ich jetzt mal. Sehr cool. Auf was für Ideen ihr kommt, oder? Und auch hier so mit dem... Sieht aus wie ein Stern. Oh, und ich sehe schon, was drin ist. Wir machen es jetzt mal auf miteinander. Oh, die ganzen verschiedenen Boxen. Sehr geil. Oh, krass. Also, zum einen. Hier habe ich auch... Also, mir hier so Schneeflocken eingepackt. In weiß-rosa irisierend. Die sind super cool fürs Weihnachtsbasteln. Kennen wir aber auch alle solche Streuteile. So Paillettenstreuteile. Die sind super, super cool. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann kommt noch... Oh, was kommt denn da unten noch zum Vorschein dann? Oh, ich habe es gleich rausgezogen. Alter, Verwalder. Guckt mal, hier ist ein Charm-Mix in Gold drin. Boah, was ist denn das? Ne, True Love steht hier. Einmal so ein riesiger Anhänger mit True Love in der Mitte. Der ist ja super schön. Da sind so lauter kleine Herzchen noch mit drauf. Der ist cool. Muss ich mir was mit einfallen lassen. Dann haben wir hier so einen superschönen goldenen Schmetterling. Auch super schön. Was kommt denn hier noch? Hier ist ein kleines goldenes Einhorn. Oh, das ist sehr süß. Guckt mal. So ein kleines goldenes Einhorn. Und was da auch cool ist, ist, dass es dreidimensional ist. Also, dass es auf beiden Seiten gleich ist. Also nicht auf der einen Seite flach und auf der anderen Seite die Prägung oder der Charm, sondern dreidimensional. Sehr cool. Dann haben wir hier ein kleines Vögelchen, das in so einem Kringel sitzt. Da kann man hier nochmal kleine Stresssteinchen einsetzen, wenn man das möchte, in diese Löcher. Auch ziemlich cool. Und hier ein kleines goldenes Herz, wo Made with Love draufsteht. Das ist auch ziemlich cool. Ich habe nämlich ganz viele Handmade-Hände und Made with sonst irgendwas in Silber. Aber in Gold habe ich da gar nicht so viele. Die packe ich jetzt mal hier wieder rein, weil sonst gehen die auf jeden Fall verloren. Also hier in meinem Gewuselzimmer. Sehr, sehr cool. Sabine, vielen, vielen Dank für den tollen Charm-Mix. Der ist mega. Dann haben wir hier einen Charm-Mix in... Oh, was bist denn du? Oh, das muss ich rausholen. Wartet mal. Tutu. Noch mehr Charms. Und hier haben wir so ein super cooles Blatt. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das Silber ist oder vielleicht sogar Rosé-Gold. Das kann ich euch jetzt nicht so genau sagen. Das ist ja super cool. Also es ist so ein Blatt. Wartet mal, ich muss das mal hinter der Kamera schnell... Es könnte nämlich tatsächlich auch Rosé-Gold sein. Sabine, vielleicht kannst du mir das mal sagen. Wobei man kann es ja für jede Farbe... Also wo es halt dazu passt, kann man es damit verwenden. Dafür verwenden. Es könnte echt Rosé-Gold sein. Das ist super cool. Das ist auf jeden Fall Rosé-Gold. Das ist so eine kleine Sonne, so eine kleine Plakette mit einer Sonne. Auch ziemlich cool. Oh, entschuldigt. Oh, krass, oder? Dann haben wir so eine Plakette nochmal in Gold und in Silber. Und jetzt, wenn man das Silber... Ja, wenn man das Silber so daneben sieht, dann sieht man, dass es zwei verschiedene Farben sind, ne? Und dann haben wir hier eine Feder. Die ist auch Rosé-Gold. Sehr geil Rosé-Gold. Ne Charms, ich freue mich. Oh, und hier ist so ein kleiner Ele. Guckt mal. So ein kleines Elefanten... So eine Elefantenperle. Also die kann man... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber... Durch den Popo und vom Rüssel kommt es dann raus. So zum Aufwiedeln. Voll süß. Cool. Elefant, Pfand, Pfand. Sehr cool. Also vielen Dank auch für diese Charms. Auch die werde ich erstmal vorsichtshalber wieder einpacken, weil... Ja, hier rumgefliege. Sehr cool. Und dann hat es mir hier noch so kleine Holzstreuteile eingepackt. Und zwar so kleine Pilze. pilze die sind fürs herbst basteln eigentlich ganz cool aber irgendwie habe ich dieses jahr nicht geschafft mit herbst basteln ich muss mir echt mal ich muss mal besser planen mit dem gebastelt irgendwie ich weiß nicht aber es fängt jetzt auch wieder so die scheiß jahreszeit an also es ist jetzt wieder um halb sechs ist es eigentlich schon finster und das ist so da hat man dann nicht so sehr viel elan wobei hier unten im bastelzimmer geht es einigermaßen weil ich immer das gleiche licht habe also ich habe immer durch diese neon röhre habe ich immer von früh bis spät das gleiche licht und da geht es dann einigermaßen da kommst du dann nicht so durcheinander vielen vielen dank auch für die hier die werde ich mir wahrscheinlich eher mal fürs nächste jahr aufheben aber sind ja nicht weg kommen in schub oh wartet mal ich dachte da ist noch was drin und die verpackung ist ja auch cool guck mal das sieht oben aus wie ein stern ist das nicht krass genial und wenn man das hier zu macht sehr cool oder schleifchen drauf steffi kann ja heute wieder keine schleifchen binden nein ich kann es heute wirklich nicht ich muss das muss mir das dann noch mal anschauen ich bin sehr gut das sieht sehr gut aus stefanie vielen vielen dank auch für diese super süße verpackung und da sagt sie sie kann nicht basteln ich habe keine ahnung stelle ich mal mit hier oben hin vielen vielen dank schon mal irgendwie passt das mit der kamera ausrichtung heute alles nicht ich würde jetzt auch gern schon mal in so einen zwischen break machen und wird gucken ob das auch hoffentlich nicht rauscht wartet mal das mache ich auch mal kurz einen moment so es hat zwar nicht gerauscht aber die kamera hat wieder mal gesagt fehler unbekannter fehler ich habe keine ahnung was zurzeit hier los ist ich hatte hier schon ausgepackt weiter ausgepackt ich mir tut es so leid also zum einen das hier habt ihr nicht mehr gesehen hat sie mir hier so einen super coolen mix die gibt es beim t die ich beschleicht da auch schon die ganze zeit rum so einen super coolen mix eingepackt mit so also das hier sind straß steine also das sind nur so so also haben kein fede loch das sind so kleine diamanten die man halt zum schüttelkarten machen nehmen kann zum beispiel auch hier haben wir transparente schillernde pailletten hier haben wir auch transparente so super schön regenbogen schillernde acryl perlen und über das freue ich mich mega weil ich habe Prozent glöckchen in allen farben und formeln also in mini in groß in schillernd in matt in hast du nicht gesehen in silber und in gold aber ich habe keine weißen glöckchen ich bin echt schon so oft um diesen mix rumgeschlichen wegen nur wegen dieser weißen glöckchen und habe sie aber nie gekauft und jetzt habe ich sie und da freue ich mich voll drüber Sabine vielen dank schon mal für diesen mix und jetzt bin ich hier schon komplett ausgeflippt weil sie hat mir stanzteile eingepackt und die schauen wir uns jetzt auch noch miteinander an nochmal also ich habe sie mir gerade schon angeguckt und bin ausgeflippt hier ist zum einen so eine super schöne winterlandschaft mit einem elch und zwei sternchen hier oben und hier so weihnachtsbäume also so schneebäumchen der ist super super cool der kommt auf jeden fall auf eine weihnachtskarte und dann müsst ihr euch das hier jetzt nochmal mit mir reinziehen also ich schaue es mir ja gerne einfach nochmal tausendmal an aber ich habe keine ahnung was mit meiner kamera also mit meinem handy zurzeit los ist ich habe der sagt dann fehler unbekannter fehler und dann geht das ding aus und dann ist aber auch das video weg ich habe keine ahnung und dann ja aber wir versuchen jetzt unser bestes also hier hat sie mir so super schöne glaskugeln christbaumkugeln eingepackt ist ganz filigran ausgestanzt und hier oben gleich so einen silbernen böppel noch drauf gestanzt sehr geil dann kann ich jetzt weihnachtsbasteln kann jetzt losgehen und das in unterschiedlichen farben und formeln hier nochmal so eine blaue hier so eine lila die ist auch super schön die hier und dann die formeln wiederholen sich dann nur die farben ändern sich das ist doch krass geil oder guckt mal die sind so schön zumal wie filigran die einfach aussieht die auf eine schöne schöne also ein schönes hintergrundpapier weihnachtlich draufgeklebt karte fertig merry christmas dazu und rums die bums die hier nochmal so eine blaue und hier nochmal so eine rote und hier hat sie mir dann noch so tannenzapfen und tannenzweige eingepackt hier ist noch so ein zapfen in der verpackung den lasse ich jetzt aber mal drin und hier so ganz filigrane tannenzweige sehr sehr geil ich freue mich schon voll aufs weihnachtsbasteln also herbstbasteln habe ich ja irgendwie ausgelassen aber weihnachten fängt jetzt dann an muss ich dann jetzt auf jeden fall mal was machen sabine fühle ich milliarden mal geknutscht für diese super geilen stanzteile ich muss die bloß jetzt wieder einpacken weil wenn die kaputt gehen würden da wäre ich tiefst zutiefst traurig vielen 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 dank dafür und da habe ich jetzt auch noch nicht reingeguckt da müssen wir jetzt mal miteinander reingucken wartet mal das sind so riesige stanzteile oh bitte jetzt nicht am kleber hängen bleiben guckt mal wie groß die einfach sind also hier sind so ganz filigrane rosen ausgestanzt sind die nicht super schön krass oder die sind doch super super schön auch so für karten und hier sind so riesig also die sind größer als meine hand und ich habe große pranken hände irgendwie hier sind so super schöne rosen mit blättern nochmal die sind echt traumhaft schön sabine vielen vielen dank für diese wunderschönen stanzteile guckt euch mal diese diesen farbverlauf in dieser blume an seht ihr das hier oben so leicht rosa und dann hier so ins lila gehende krass genial freue ich mich gerade wie sau drüber und hier sind noch mal so blätter ohne kompletter und nein 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 hier bleiben bleiben hier sind noch mal so super schöne blätter ranken die sind auch super super schön oh es gibt so tolle stanzen aber man kann ja nicht alles haben man kann ja nicht alles haben und deshalb freue ich mich immer so über stanzteile weil ich halt wenn ich die stanzen selber nicht habe das ist schon das ist schon sehr schön und vor allem bin ich ja echt faul ich bin ja so faul dass dann durch die stanzmaschine zu kurbeln krass und so kommt das jetzt dann in mein päckchen also oben in meine in meine tasche und dann habe ich ganz viele super schöne stanzteile zum sofort verbasteln sehr sehr cool sabine fühle dich siebenmal gedrückt und geknutscht und alles mögliche noch alles mögliche noch cool ja dann schauen wir jetzt doch mal weiter hier ist so ein riesiges päckchen noch drin jeden tag eine kreative tat das ist ein super schöner beutel guck mal so ein sternchen päckchen den machen wir jetzt mal auf oder nehmen wir nein wir machen den jetzt raus hast du den selbst gemacht ist das papier ach du schande was ist denn da alles drin oh ok äh oh panik angst oh da sind ganz viele sachen drin ich hole es nacheinander miteinander ich hole es nacheinander raus ok wir fangen hier oben an oh sie hat mir breads eingepackt sehr 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 cool die weiß ich jetzt auch nicht ob ich sie habe also ich habe so ein paar breads so große vom action aber ich kann nicht sagen ob ich die schon habe sehr cool also no breads brauche ich jetzt nicht weiter erklären kennt jeder die sind super cool vielen vielen dank dafür und das kommt noch ein zweites päckchen zum vorschein ach die sind toll das oh die sind cool ah jeder da aus das sind so richtig schöne vintage tags ne so von den mustern her und die mit den zwei uhren kann ich sehr gut gebrauchen weil ich muss für eine freundin eine karte machen und da äh werde ich die jetzt ja da werde ich die mal mit verwenden aber vielleicht zeige ich euch die mal in irgendeinem craft update craft update sehr sehr cool vielen dank für die ganzen breads und dann gucken wir mal weiter da ist noch so viel drin alter verwalter was ist denn das rhinestones die sind ja auch cool ich kenne die aber ist das eine neue verpackung das ist doch action oder aber haben die eine neue verpackung weil ich kenne diese diese sheets in einer anderen verpackung gab es schon mal bei action die sind super cool in so blümchen blätter und rund für drei verschiedene größen in silber silber geht ja natürlich wieder immer immer und überall immer und überall immer und überall silber geht immer und überall so kürzlich entschuldigt vielen vielen dank für diese selbstklebenden glitzer steinchen aber ich glaube die hatten vorher mal eine andere verpackung was kommt denn da noch zum vorstellen ah diese rahmen die sind auch cool aber auch die haben doch eine andere verpackung hobbyflora das ist doch action oder nicht ich dachte also hier mit diesen ecken und dann diese metall rahmen die man hier mit breads befestigen kann auch sehr sehr cool metallframes ich denke dass das von action ist berichtigt mich wenn ich falsch liege aber ich denke es ist vielen vielen dank auch dafür Sabine dass du alles eingepackt hast so und das kommt dann hier noch zum vorschein oh diese blümchen die gab es bei uns nie natürlich nicht das sind auch die sind vom action das weiß ich sicher und das sind hier diese einmal filz einmal papier und das hier ist so transparent papier die sind super cool ich mag ja eh blümchen basteln immer ne also das ihr wisst das ja jetzt schon langsam blümchen gehen ja für mich überall zum draufkleben die haben hier so noch perlen obendrauf oder halbperlen ne ganze perlen sehr sehr cool sabine vielen dank die gab es bei uns nicht mini hobby blumen kommen in die blumenkiste oben mit rein ins obere bastelzimmer und was hast du mir denn da noch eingepackt oh mein gott oh mein gott das sind noch die neuesten die habe ich natürlich auch noch nicht guckt mal hier sind so tech stanzen äh stempel stanzen völlig bekloppt die sind richtig cool die gibt es bei uns natürlich auch nicht ach die sind so fürs planer machen ne ja genau also eigentlich sind die zum planen aber die kann man ja auch stempeln und dann halt so als geschenk anhänger nehmen also das muss ja nicht ich muss die ja nicht zum planen nehmen voll cool hey vielen vielen dank boah packst du mir stempel mit ein du hast ja auch einen an der meise krass gibt es bei uns nicht also halt bei dem wenn ich bei dem ich sonst immer so bin so das päckchen ist leer aber diese tasche werde ich auch aufheben die ist ja mal super schön wird auf jeden fall aufgehoben aber ich lege sie nein ich lasse sie hier liegen und lege einfach die stempel mal mit so ein bisschen drauf aber dann sieht man die karte nicht mehr ich lege mal nein ich stelle die karte hier oben hin so mache ich es und ich sehe es trotzdem nicht guckt hier steht die karte jetzt bla hey sabine vielen vielen dank für die ganzen sachen mega geil und ich sehe hier schon noch tausend andere sachen ja sie kann nicht basteln ich zeige euch mal wie wenig sie basteln alter was denn heute los oder manchmal ist es manchmal ist man ein bisschen manchmal ist man ein bisschen gar gar guckt mal sie kann nicht basteln schau mal wie schlecht sie basteln kann hey mega und guckt mal hier ist kleines naschi drin für die steffi white mousse weißes mousse au chocolat von massi habe ich noch nie gesehen wusste ich nicht das ist doch voll süß das ist einfach so eine verpackung für eben zwei so kleine massis und du sabine warum sagst du denn du kannst kannst nicht basteln das sieht doch super schön aus also die schokolade wird da wahrscheinlich kann ich nicht drinnen lange drinnen überleben aber die verpackung ist doch super super süß ich finde das krass cool vielen vielen dank und auch halt einfach wieder für die idee ne also hier so kleines mitbringsel oder sonst irgendwas und dann hier guckt mal hat sie auch nochmal dreimal verschieden ausgestanzt und gestempelt super schön und farblich passt doch auch alles super zusammen das papier hier nochmal geprägt ich weiß gar nicht was du hast krass ich finde es super aber ich kann ich muss jetzt mit der schokolade noch ein bisschen warten die nehme ich mir heute abend mit ins schlafzimmer also vor die glotze wir haben zurzeit nur im schlafzimmer ein Fernseher nur im schlafzimmer ein Fernseher ich mache jetzt nochmal so einen Zwischenbreak weil ich nämlich Angst habe dass dann wieder ein steil Video weg ist und deshalb mache ich jetzt wieder so einen Zwischenbreak bis gleich so da bin ich schon wieder ich habe gedacht es klappt einigermaßen mit diesen Zwischenschritten aber es klappt nicht vielleicht kann mir da auch irgendjemand mal behilflich sein ich erzähle euch kurz das Problem also wenn Filme also aufhört zu filmen dann dreht sich ja oben bevor es abspeichert immer so ein kleines Rädchen so halt ne und immer mal dreht sich das und dreht sich das und dreht sich das und dreht sich das und hört nicht mehr auf und dann speichert es das Video nicht ich habe keine Ahnung woran es liegt also das ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal dass das vorkommt mich nervt das unglaublich ähm ich habe dann nur diesen diesen schwarzen dieses schwarze Kästchen in meiner in meinen Videodateien in meinem Album und dann wenn du draufklickst heißt das Video kann nicht abgespielt werden ich habe keine Ahnung woran es liegt kann man da vielleicht jemand helfen ich habe jetzt schon ganz viel gelöscht also an der Speicherkarte an der Kapazität kann es echt nicht liegen ich habe keine Ahnung ähm vielleicht weiß jemand was ich falsch mache oder eben woran es liegt ich habe wirklich wirklich keinen Plan Sabine ich habe jetzt natürlich schon ausgepackt ne also es wäre ja der letzte der letzte Schritt gewesen ich habe es schon ausgepackt es liegt schon alles hier mir tut es so leid für euch dann also dass ich halt dann oh mich nervt das mich nervt das komplett ich habe keine Ahnung was ich falsch mache ich mache nichts anderes als sonst jetzt probieren wir es nochmal also ich zeige euch jetzt nochmal was jetzt noch in den letzten also im Päckchen noch drin war ähm also zum einen war hier so offen noch dieser wunderschöne Stickerbogen gelegen mit ganz vielen Sweets also so Süßigkeiten Eis und äh Bonbons und Zuckerstangen und Lollis und äh heißer Schokolade der ist super schön das ist so ein Holo so ein Lasersticker vom Teddy ähm bei unseren gab es die natürlich wieder nicht und die sind auch ganz gut zum Eingießen mal gucken ob ich mir mal wieder Harz bestelle und vielleicht gieße ich die dann mal mit ein müssen wir mal gucken Sabine vielen vielen Dank für diesen äh Stickerbogen erstmal noch und dann war in dem letzten Päckchen war dieses super schöne Büchlein drin guckt euch das mal bitte allein schon von außen an ich kenne es schon von innen und die Goodies die drin waren liegen jetzt hier auch schon außen ich zeige euch jetzt erstmal das Buch und dann noch die Goodies die mit drin waren also hier vorne mit dieser Klapplasche ne also hat hier auch einen Magnetverschluss und Sabine du wenn es nochmal sagst dass du nicht basteln kannst oder nicht so gut basteln kannst komme ich durchs Telefon gesprungen und knutsch dich nieder das ist so super schön das fühlt sich so stabil an so super toll also auf jeden Fall hast du hier dann die Klapplasche ne also den Verschluss und dann geht es hier auf dann hast du hier schon die ersten beiden Seiten in denen du was einstecken kannst da waren diese wunderschönen Stanzteile drin also hier die Schmetterlinge wieder mal in verschiedenen Formen und in verschiedenen Farben also einmal so Silberglitzer und einmal so ja ich hole es nochmal mit raus Leute das nervt mich mit diesen Videos ich kann es euch echt nicht sagen guckt mal also einmal so also in so einem bräunlich beige wartet mal und einmal hier in Silberglitzer Glitzi Glitzer und dann halt noch viele viele kleine die sind super schön diese riesen Teile echt das tut mir so leid ich habe mich so über die Stanzteile gefreut gehabt ich freue mich ja auch immer noch aber mann mich nervt das mit dieser Kamera also hier nochmal zwei so volle und dann hier nochmal ebenso verschiedene in Glitzer und in diesem wunderschönen braun-beestrohen sind die nicht super schön guckt mal ich finde die richtig klasse Schmittis ist ja wie Schleifen und Herzchen und Sterne Schmittis gehen ja immer packe ich jetzt aber wieder ein die waren hier vorne gleich drin da bin ich dann gleich das erste Mal richtig ausgeflippt schön wieder rein, dass da nichts passiert ja also dann hier das Büchlein und dann musste ich dann habe ich erstmal blöd geguckt weil ich mit der Technik wieder nicht zurecht kam weil ich hier gesehen habe, dass irgendwie was zu falten ist und habe es nicht gecheckt aber jetzt habe ich es gecheckt weil ihr könnt hier dann nochmal umklappen dann habt ihr hier die zweite Seite von dem Büchlein ne auch wieder zum Einstecken da waren auch wieder ganz viele Sachen drin aber die zeige ich euch jetzt dann gleich und dann kannst du hier nämlich nochmal umklappen dann hast du hier so einen kleinen Notizblock wo du deine Einkaufszettel draufschreiben kannst mit Kuli gleich drin mit Kugelschreiber ne hier wunderbar also fest befestigt mit so einer Plastiklasche sag ich jetzt mal und dann hast du hier nämlich noch was zum sammeln also hier hast du noch so einen Folder seht ihr das? wo du dann noch deine Einkaufszettel sammeln kannst und hast du nicht gesehen richtig richtig krass ha? Sabine super super geil freue ich mich wie sau drüber kommt wahrscheinlich bei mir unten in die Küche rein weil ich habe da schon so ein kleines Notizblöckchen vom Action wo ich immer meine Einkaufszettel drauf schreibe aber das wird jetzt langsam leer und dann kommt es bei mir in die Küche dann wird es tatsächlich mein Organizer für Einkaufszettel freue ich mich richtig drüber ich finde das auch so geil gebastelt also so sauber und so ordentlich ne und hier mit diesen Einstecklaschen ist doch geil oder? was sagt ihr denn da dazu? ich finde das super schön und es passt farblich echt auch super gut in meine Küche mit dem grün und dem bräunen Licht das passt echt richtig richtig gut in meine Küche Sabine vielen 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 Dank es tut mir so leid dass dieses Video jetzt wieder weg ist aber wie schon gesagt vielleicht kann mir ja mal jemand was sagen vielleicht kann mir jemand mal sagen woran es liegt was ich falsch mache ich habe keine Ahnung so und auf jeden Fall waren jetzt in dem Büchlein war noch diese Sticker drin also hier nochmal ein zweites da hattest du mir ja schon mal drei Bögen eingepackt jetzt weiß ich nicht war das Absicht oder willst du die wieder haben? also ich kann sie sehr gut gebrauchen wenn du sie nicht wieder haben willst freue ich mich sehr drüber und dann guckt mal guckt mal Weihnachts-Sticker die sind doch super süß ha? dieser kleine Pingu der mit diesem Weihnachtsschmetterling sich unterhält ist das nicht super trollig? ich finde es super trollig dann hier nochmal dieses kleine Engelchen das schläft habe ich so bewundert das ist so süß es ist nämlich mal kein nacktes Engelchen das ist sehr putzig also und dieser Schneemann hat wieder nichts auf dem Kopf das ist sehr glittisch die werden bestimmt irgendwann krank und dann noch dieser Stickerbogen hier unten mit dem Dorf und mit dem Lebkuchenhäuschen und dem Sack hier oben und den Geschenken auch sehr sehr süß die waren hier noch drin die waren hinten in diesem Folder noch mit drin ich glaube das habe ich euch schon gezeigt ich zeige diese Metallrahmen und die Rhinestones die waren glaube ich schon woanders drin soweit ich jetzt noch weiß und die hier waren glaube ich noch mit drin diese Stanzteile und das hier war auch noch mit drin da hat sie mir hier noch so ein ausgestanztes wie sie von den Karten eben schon hatte also wo sie mir die Karten mitgeschickt hat da noch so ein Ornament nennt man es so ich denke es ist ein Ornament hat sie mir noch ausgestanzt und mitgeschickt das ist super schön und dann hier sind so kleine Stanzteile in Mond, Sternen und Herzchen in verschiedenen Farben mit Glitzer, mit ohne Glitzer und überhaupt und sowieso die lasse ich jetzt auch mal so kann man ja gut erkennen sehr sehr geil Sabine vielen 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 Dank für die ganzen Stanzteile Mann und mich ärgert das mit diesem Video so es ging mir bei dem Video von Nadine ja schon so ich habe keine Ahnung woran es liegt ich würde echt gerne mal wissen was ich falsch mache ich mache nichts anders als sonst Nervhilf und dann drückst du auf Stopp sagst du tschüss und dann drückst du auf Stopp und dann dreht sich das die ganze Zeit und speichert nicht ab das kotzt mich so an ich habe keine Ahnung woran es liegt und dann waren hier noch diese Texte da weiß ich jetzt nicht ob ich euch die schon gezeigt habe hier mal drei so längliche so wie Namensschildchen die hier sind auch super schön mit der Verzierung an der Seite an den Rändern dann hier so größere die sind auch super für Alben Cover wo man dann halt drauf schreibt was es ist also was in dem Album drin ist wie nennt man denn das? Ihr wisst was ich meine also hier diese waren da noch mit drin ich denke die waren in dem Büchlein aber ich will es jetzt nicht beschwören aber wenn ich es euch schon gezeigt habe dann seht das eben jetzt nochmal und dann hier nochmal so Tags also so Labels zum Aufkleben auch sehr sehr cool ich denke ich habe euch jetzt alles gezeigt ich weiß es jetzt nicht so genau hier liegt noch ein Mond rum ganz toll den müssen wir gleich noch mit aufräumen Sabine es tut mir wirklich 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 unglaublich leid dass das so bescheuert ist und ich weiß nicht woran es liegt vielleicht hatte jemand schon mal solche Probleme und sagt mir noch mit Bescheid was ich falsch mache also ob es am Speicherplatz liegt oder an was es eben liegt aber ich habe jetzt so viel gelöscht also wenn es jetzt wieder nicht klappt dann schmeiße ich das Handy aus dem Fenster oder so keine Ahnung müssen wir mal gucken alles klar es kommen jetzt noch ein zwei Videos oder vielleicht habt ihr sie auch schon gesehen ich habe keine Ahnung ich versuche jetzt auch wieder auf den auf den neuesten Stand zu kommen beziehungsweise versuche jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger Videos zu machen aber Chaos zur Zeit Sabine dir nochmal vielen vielen Dank für alles was du mir geschickt hast die Verpackungen sind grandios also die finde ich super schön und dann dieses Büchle toppt natürlich alles fühl dich mal ganz fürchterlich gedrückt und ihr anderen natürlich auch ich versuche jetzt dieses Video zu beenden und hoffe es klappt wünsche euch allen Kopf hoch und Füße auf den Boden bis zum nächsten Mal macht's gut tschau 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 tschau